Willkommen zurück zu einem weiteren TCG Online Video. Wir haben ja in der letzten Folge die Packs im Real Life geöffnet und jetzt sind wir hier dran mit den 10 Packs in TCG.O. Und das freut mich sehr, denn, naja, TCG.O. ist irgendwie das chilligere Aufnehmen, weil ich da nicht so verkrüppelt sitzen muss. Ähm, zwar hat man die Karten dann leider nicht im Real Life. Wir haben ja nochmal kurz, ähm... Falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall besser vorher an, weil ich werde jetzt noch überreden, was wir gerade Karten hier gezogen haben. Wir haben nämlich einmal Fuegro GX gezogen und Zorgaleo GX gezogen und, ähm, die ganze Entwicklungsreihe von, äh, Zorgaleo. Finde ich relativ cool und das ist sogar eine Ultra Rare gewesen. Das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Und heute machen wir halt weiter mit den normalen Booster Packs im TCG.O. Und schauen mal, ob wir vielleicht auch hier irgendwas Nices bekommen werden. Ich fände es auf jeden Fall mega geil, weil, ja, können wir unsere Sammlung ein bisschen ausbauen. Und ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie die epischen neuen Karten, äh, die selten sind, angucken können. Das ist irgendwie... Es geht irgendwie leider nicht mehr. Da haben wir auf jeden Fall ein Dratini, äh, einen neuen Style. Finde ich auf jeden Fall sehr nice. Ein Yorclef, ein Froberl, ein Velusi. Habe ich sogar schon im Real Life gezogen. Übrigens, die Feuerenergie-Karte ist jetzt immer am Ende. Also ihr müsst jetzt diesmal vier Karten nach vorne setzen und keine drei Karten nur. Das ist mittlerweile jetzt so. Dann haben wir einen Trank, einen Giftstich, ein Mizunda, ein Silvaru in Reverse und ein Kolossant in Normal. Okay, Silvaru in Reverse hatte ich, glaube ich, Normal nur gezogen. Und, äh, Kolossant habe ich sogar so schon bekommen. Nice. Okay, nächstes Pack wird geöffnet. Und mal gucken, was wir hier bekommen. Zubab, Aquita, Mushas, Toggedemaru, Terribug, Zubart, ja, neue Energie halt. Haltropa haben wir schon angesehen im letzten Part. Maku, Makuidaru und Toggedemaru. Und Mushas. Ja, Frau Beiler auch. Dann haben wir hier noch ein Landtuon in verdammten Reverse. Und ein Primarene in Normal. Ah, okay. Jetzt haben wir schon drei, zwei Starter-Pokémon, äh, letzten Entwicklungen. Also Primarene und Silvaru haben wir jetzt, ähm, schon einmal in Reverse Silvaru und einmal normal halt Primarene. Oh, was haben wir denn da? Ein Bubungus. Ein normales Sankabu. Ein Fucano. Noch ein normales Sankabu, aber in Reverse, okay. Dann ein Imantis. Ein Pandir. Ein Sonderbombon. Ein Aranestro. Perfekt zu unserem Pokémon Sonderbombon. Let's play. Ein Aranestro. Und dann haben wir als letzte Karte ein, ah, ein Kravell. Habe ich sogar schon in Real Life gezogen. Ich glaube auch, das Sankabu habe ich, glaube ich, auch in Reverse gezogen. Ähm, Kravell finde ich sie ziemlich nice aus, das Artwork. Gefällt mir richtig mit Lavile und Eishammer. Boah, es sieht echt geil aus, das Artwork. Fucano sieht auch sehr speziell aus. Nicht sehr speziell cool, aber sehr speziell. Ähm, öffnen wir mal direkt das nächste Pack. Pack Nummer 4, meine lieben Freunde. Oh, dann wäre echt wen. Oh, wir haben jetzt die ganze Entwicklungsreihe von Robball durch. Einmal in Reverse sogar hier. Und Marikek. Primärin haben wir schon Energieumschalter. Verschiebe ein, was ist Energie von einem seiner Pokémon auf einen anderen Seite. Oh, krass. Dann ein Timerball. Und als jetzt die Karte haben wir ein Kolossant. Mal wieder. Hm, das ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch. Das ist völlig flöd. Das wollte ich nicht haben. Okay, da haben wir eine Psychoenergie. Okay, wir haben hier erstmal noch Mabula. Das neue Käfer-Pokémon. Ein Ibitac, dessen Artwork ist so nice für die Leute. Ich finde, das Ibitac-Artwork sieht so verdammt geil aus. Mit diesen Schwingungen im Hintergrund, mit dem Wirbel-Ventier. Ey, das sieht, Leute, das sieht verdammt nice aus. Dann Makuhita. Schutz. Professor Kukui. Khorasson. Ein Fruyal. Alter, geil. Das sieht auch, Alter, das Artwork sieht auch hammermäßig geil aus. In Reverse. Und zu der Letzt ein... Abstos. Okay. Wenigstens Holo. Oh, scheint nicht so. Aber das Artwork sieht auch ganz nice aus. Leute, falls ihr übrigens auch noch ein paar Codes habt für so eine Mood-TCG oder für allgemein TCG-Booster-Packs, die ihr nicht braucht, Leute. Ja, wenn ihr sie nicht braucht, dann könnt ihr mir sie gerne für Twitter, Instagram oder etc. zuschicken. Denn, wie gesagt, ich brauche sie für meine Opening-Videos hier. Und wenn ihr, wie gesagt, diese nicht braucht, dann könnt ihr mir sie gerne zuschicken, damit ich sie halt in meinen Videos öffne. Ihr werdet auch wahrscheinlich dann erwähnt am Ende des Videos, wenn ihr mir was zuschickt. Ähm. Ja, die Vivi halt was zugeschickt vor... Eine Woche oder so. Leider war es keine Boosters war so ein kleines... Themen-Deck war das, glaube ich. Aber trotzdem, danke an dich nochmal für das Themen-Deck. Ähm. Wir öffnen mal das nächste. Hercule hier. So. Mit einer Feuerenergie. Garnowil. Garnowil, auch sehr süßes Sand-Wallpaper hier. Dann Pepeck. Unser Stubbull vom Typ Fee. Ein Alola-Rantfrax. Auch ziemlich nice. Dann Elima. Und Lusardium. Was ich mich frage, ist, gibt es überhaupt noch diese doppelten Typen-Partner, also die Doppeltypen-Karten? Es gab ja in, äh, wie hieß das nochmal, ähm, das Peck? Äh, Schicksalsschmiede war das nicht. Das war das danach hier. Das mit Volcanion. Und das hatte halt, äh, Doppeltypen-Karten. Und das, finde ich halt, fand ich schon ziemlich nice. Und wir haben einen Fuego bekommen in... Oh, oder? Ne, das ist nochmal... Also haben wir jetzt alle drei Endentwicklungen von den Starter-Pokémon. Wow. Nice! Äh, aber es ist ja noch keine krasse Karte gezogen, leider. Wir sind jetzt bei Pack Nr. 6 ist das, glaube ich. Oder? Ne, es ist, glaube ich, schon 7 hier. Neue sind jetzt nur noch Raupi, Paras, Golbat und... Oh, Traum-Pack habe ich noch gar nicht im Real Life gezogen. Das ist eine ganz neue Karte für mich. Kugelsand. Nice. Vom Typ normal natürlich. Easy, klar. Da hätte man doch eigentlich auch hier Pflanzen nochmal nehmen können. Normal Pflanze so. Hyperball. Oh, damn. Habe ich auch schon im Real Life gezogen. Und zum guter Letzt ein... Kodossant. Das ist ja schon zum dritten Mal oder so. Ja, zum dritten Mal. Leute, was ist das denn? Was will ich mit einem fucking Kodossant? Fraue ich nicht. Will ich nicht. Mann. Ich will was Geiles haben. Ich will eine GX-Karte haben, Leute. Was ist das denn hier? Regenbogen-Energie. Diese Karte liefert eine Energie. Aus diesem Spiel zählt sie als jeder beliebige Energie-Typ. Spendet aber immer nur jeweils eine Energie. Wenn du diese Karte aus deiner Hand an eines deiner Pokémon anlegst, lege eine Schadensmacher auf jenes Pokémon. Oh. Okay. Neu ist dann noch Canivana. Das Team Aqua aus Hängeschild-Pokémon. Dann haben wir hier noch ein Quartermark. Ein Akub, ein Reverse-Vocano und ein... Bis-Bug. Das Wallpaper sieht irgendwie ein bisschen komisch aus bei Bis-Bug. Leute, wir haben nur noch zwei fucking Booster. Und bisher noch nichts krasses. Leute, was ist das? Wir brauchen das Herz der Karten, Leute. Wo ist... Wo ist er? Wo ist Yu-Gi-Oh! Leute, wo ist er? Er ist nicht vor unten. Scheiße. Kein Artikel von Yu-Gi-Oh! Mann, scheiß Pokémon. Ah, egal. Leute, hier drin. Oh, heiliges Kartenherz. Heiliges Herz der Karten. Bitte gebt mir in diesem Booster-Pack irgendeine nice Karte. Gebt mir irgendwas Nices, ja? Okay, wir haben... Oh! Wir haben einmal hier Bautz mit einem sehr epischen Overlay. Dann Cosmog, was auch genauso aussieht wie... Es ist auch Megumi, Mitsui. Ja, es ist krass. Dann haben wir Flamiau, was auch so ähnlich aussieht mit dem weißen Rand. Aber es ist nicht der gleiche Mann, der das gemacht hat. Dann Sui Shumaru hat Kurzel gemacht. Ja, ergibt Sinn. So, haben wir noch was Neues? Genau. Hypno haben wir hier noch neu. Mit Militation und Hypno-Schuss. Und jetzt bitte, gib mir was Nices. Ein... Oh, damn! Wie nice sieht das denn aus? Das kann gerade mal sehen mal full episch aus. Reverse, ne? Alter, okay. Das kann gerade mal... Dafür hat es sich allein schon gelohnt. Und ein... Mann, ein Kommandu-Zang. Jetzt haben wir zwei von diesen scheiß Affen-Pokémon. Aber noch keine einzige GX-Karte, Leute. Aber ein Holo. Hm, das ist nice. Also gefällt mir. Holo, das sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Leute, letztes Booster-Pack. Letztes Booster-Pack. Bitte, gib mir irgendwas Nices. Gib mir was Nices. Ich will was Geistes im letzten Booster-Pack haben, Leute. Ey, das kann nicht sein, dass wir hier so wenig Glück haben. Das ist... Oh, unglaublich. Unglaublich. Und wir haben die Vorentwicklung von diesen... Der war jetzt die Entwicklung von... Okay, wir haben die Vorentwicklung von der Weiterentwicklung von Arakwa. Besser hat man es sogar nicht beschreiben können. Nochmal eine Regenbogen-Enderwied. Diesmal in Reverse oder im Holo. In... In was ist die? In Reverse. Okay, wenn das hier jetzt die Karte... Es ist ein... Silvaro. Die haben wir schon mal gehabt. Aber diesmal in... Holo? Bin ich blind? Ist es Holo? I don't know. Ich glaube, es ist Holo. Man, wir haben einfach keine einzige... Verdammte GX-Karte rausgezogen. Das nervt mich gerade ziemlich. Und ich kann den Filter immer noch nicht... Och, Mann, ey. Das fackt mich mega ab. Ich muss jetzt eine Seltenheitsgrad einstellen. So. Ja gut, also ich glaube... Ich werde mal kurz mit dem Promo mal raus. Ey, es kommen nur die krass seltenen Karten, ne? Ja, aber... Das ist halt richtig kacke so. Wisst ihr? Äh. Das ist richtig kacke. Mann! Ey, wir haben nur Scheiße gezogen, ne? An sich haben wir echt nur Scheiße gezogen. Ey, ist echt... Guck mal, was wir sonst immer für Karten sehen. So Crowdon EX. Und jetzt in den 10 Packs haben wir 0 GX-Karten gezogen. Das war echt eine Reinfall-Part, leider. Das tut mir sehr leid. Falls ihr, wie gesagt, noch Packs habt, die mir gerne zuschicken wollt, gerne per Twitter, Instagram oder, keine Ahnung, per Snapchat oder so sendet meinetwegen auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao, Leute. Euer Solo. Hau da rein! Falls ihr Bock auf Merchandise von mir habt, dann schaut auf jeden Fall gerne bei meinen beiden Merchandise-Seiten vorbei. Einmal bei FreeSupply oder bei Elfster.de. Beide auch unten in der Beschreibung verlinkt. Dort gibt es einmal ein Motiv mit Greninja und einmal ein Motiv ohne Greninja auf den jeweiligen Seiten. Also, falls ihr Interesse habt, schaut da gerne mal vorbei. Und noch einen schönen Tag. Euer Solo.